Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video setze ich mich mit Drehstrom Transformatoren auseinander und zwar exemplarisch am Typ DYN5, der auch als Ortsnetztrafo bezeichnet wird. Ich finde dieses Thema in der Fachliteratur sehr irritierend dargestellt, insbesondere was diesen Faktor 5 angeht, der zu einer Phasenverschiebung von 150 Grad führt. Daher werde ich neben den recht einfachen Informationen, die wir hier oben sehen, mich in diesem Video auf die Phasenverschiebung fokussieren. Ich hoffe, dass ich das Ganze plausibel rüberbringen kann. Sollte es hier ihrerseits Vorschläge geben, das Ganze besser darzustellen, so wäre ich sehr dankbar darüber. Wir sehen also hier nun den Typen DYN5 mit insgesamt vier Kennziffern. Das große D steht für die Oberspannungsseite, da wird der Buchstabe immer groß geschrieben und das D steht dabei in diesem Fall dafür, dass diese ins Dreieck geschaltet wird. Der zweite Buchstabe, die wird klein geschrieben, das kennzeichnet die Unterspannungsseite und das Y steht hier für die Sternschaltung. Es gibt DYN5-Transformatoren, häufiger verwendet sind aber solche, bei denen auf der Sekundärseite, also auf der Unterspannungsseite, auch der Neutralleiter ausgeführt wird, weil wir ja im Ortsnetz vier Leitungen benötigen, nämlich die Dreiaußenleiter und den Neutralleiter. Daher steht hier das N für den Neutralleiter, der sekundärseitig abgegriffen wird. Die 5 steht nun dafür, dass die Phasenverschiebung zwischen der Primärseite und der Sekundärseite fünfmal 30 Grad beträgt, also 150 Grad. Wie gesagt, werde ich mich in diesem Video sehr darauf konzentrieren, diese 150 Grad plausibel zu ermitteln. In ganz vielen Verteilungssystemen ist es nun so, dass wir primärseitig ein Dreileitersystem mit 10 kV haben. Dort ist also kein Neutralleiter vorhanden, sondern nur die drei Außenleiter. Sekundär greifen wir nun ein Vierleitersystem ab, um zum Beispiel wie üblich bei uns in Europa ein 230 400 Volt System aufzubauen. Es gibt eine ganze Reihe von Drehstromtransformatoren, bei denen ich, falls ich den Neutralleiter sekundärseitig abgreife, diesen nur bis 10 Prozent des Bemessungsstroms der Außenleiter belasten darf. Sowas kann ich in einem Ortsnetz nicht gebrauchen. Daher kommt hier nur eine Drehstromtransformatorvariante in Frage, bei der der Neutralleiter voll belastbar ist. Das ist aber bei diesem Typ tatsächlich der Fall. Bei einigen anderen Typen, auf die ich hier nicht näher eingehe, ist es so, dass bei einem großen Neutralleiterstrom eine Unsymmetrie in den magnetischen Feldern des Trafos entsteht, so dass dann dadurch Spannungsverschiebungen vorkommen und somit darf dann der Neutralleiterstrom dort nicht besonders groß werden. In diesem Bild ist nun der Drehstromtransformator in seinem Aufbau vereinfacht dargestellt. Wir sehen hier die drei Primärwicklungen, hier unten die Sekundärwicklung. Wir sehen in diesem Fall, dass sie gegensinnig gewickelt ist. Das führt nun dazu, dass beim Anlegen einer Spannung auf der Primärseite eine phasengleiche Spannung in dieser Spole induziert wird. Lege ich nun hier den Außenleiter L1 an und hier den Außenleiter L2. So besteht nun zwischen diesen beiden Spolenenden die Spannung U12. Hier lege ich wiederum L2 an, hier unten L3, so dass ich hier die Spannung U23 auf der Primärseite zur Verfügung habe. Und schließlich wird L3 nicht nur hier aufgelegt, sondern auch an dieser Stelle L3 und hier unten wiederum L1, so dass ich hier die Spannung U31 abgreifen kann. Und damit habe ich diese drei Wicklung primärseitig ins 3 geschaltet. Wir sehen in diesem Bild die entsprechenden Spulenbezeichnungen. Dabei bedeutet die 1 an dieser Stelle, dass ich mich auf der Primärseite befinde. Die 2 an dieser Stelle bedeutet den Spulenanfang. Entsprechend habe ich hier primärseitig 1 U2. Entsprechend geht das weiter mit dem Kennbuchstaben V und dem Buchstaben W und auf der Sekundärseite wird nun alles entsprechend durch bezeichnet. Allerdings ändert sich hier die 1 zu 2, weil ich mich auf der Sekundärseite befinde. Wichtig nochmal, wenn ich so gewickelt habe, wie das hier zu sehen ist, wird in diesem Schenkel eine Spannung induziert, die phasengleich ist zu dieser Spannung. Es gibt also hier keinen Phasensprung von 180 Grad. Der würde dann auftreten, wenn hier der Wicklungssinn gleich wäre. Die Oberspannungsseite habe ich, wie bereits erklärt, nun ins Dreieck geschaltet. Daher dieses Symbol. Die Sekundärseite wird in den Sternen geschaltet. In diesem Fall gehe ich davon aus, dass ich die Sternenbrücke an die Enden dieser Spulen befestige, die mit 1 beschriftet sind. Und damit ich einen Neutralleiter zur Verfügung habe, wird diese Sternenbrücke nun auch nach außen ausgeführt. Auf der Sekundärseite habe ich somit nun die Kontakte 2U2, 2V2, 2W2 und den ausgeführten Neutralleiterkontakt zur Verfügung. In diesem Bild schaue ich mir nun das Zeigerdiagramm der Primärseite an. Und zwar habe ich ja den Außenleiter L1 hier angeschlossen und an dieser Stelle, sodass ich also hier die Spannung U12 zur Verfügung habe. Die wird durch diesen Zeiger repräsentiert. An dieses Spulenende habe ich L2 angeschlossen und hier L3, sodass hier U23 entsteht und schließlich U31 zwischen diesen beiden Spulenenden. Wie üblich werden hierbei die Außenleiterspannungen dreieckförmig eingezeichnet. Die hier eingezeichneten Spannungen, die ich gegenüber einem Neutralleiter messen könnte, sind in einem Dreileitersystem natürlich nicht greifbar. Denn ich habe ja gar keinen Bezugspunkt ausgeführt. Da es sich auf der Oberspannungsseite nur um ein Dreileitersystem handelt, sind dies quasi virtuelle Strangspannungen. In den weiteren Betrachtungen werde ich nachher insbesondere auf die Lage dieses Zeigers U12 zu sprechen kommen. Deshalb sei das hier schon erwähnt, der verläuft also hier waagerecht von rechts nach links. In diesem Bild ist neben dem Zeigerdiagramm der Oberspannungsseite nun auch ein Zeigerdiagramm dargestellt, das sich auf die Sekundärseite, also in diesem Fall die Unterspannungsseite, bezieht. Ich habe in diesem Fall die Spannung, die hier induziert wird, jeweils mit einem Strich versehen. Die Spannung U12 liegt an dieser Spule an und phasengleich wird dazu zwischen diesen beiden Enden dieser Wicklung die Spannung U1' induziert. Das heißt, dieser Spannungszeiger muss die gleiche Lage haben wie U12. Das gilt nun entsprechend für die Spannung U2' die hier induziert wird und zwar von oben nach unten phasengleich zu U23 und entsprechend liegt U3' phasengleich zu U31. So wie hier die Spannung nun eingezeichnet sind, nämlich phasengleich zu den entsprechenden Spulen auf der Primärseite, zeigt nun zum Beispiel der Zeiger von U1' vom Kontakt 2U1 von hier zu 2U2, also genau phasengleich. Ich kann allerdings an dieser Stelle nur den Kontakt 2U2 abgreifen und der Sternpunkt befindet sich nun an den Kontakten, die mit 1 gekennzeichnet sind. Das ist allerdings nun widersprüchlich zu der Systematik, die ich auf der Sekundärseite in meinem Drehstromsystem anwenden möchte. Denn dabei gehe ich davon aus, dass die Spannungszeiger mit ihrer Spitze auf den Sternpunkt führen. Wir sehen das hier, der Zeiger U1' zeigt vom Außenleiter L1 auf den Sternpunkt. Und das ist hier gerade nicht so, denn hier zeigt die Spitze des Zeigers auf 2U2, also auf den Außengreifbaren Kontakt und nicht auf den Sternpunkt. Da ich aber nun ein solches Zählpfeil-System auf meiner Sekundärseite voraussetze, bleibt mir nun nichts anderes übrig, als in diesem Zeigerdiagramm die Zeiger umzukehren. Im vorhin gezeigten Zeigerdiagramm hat dieser Zeiger von rechts nach links gezeigt. Nun zeigt er von links nach rechts nämlich auf den Sternpunkt. Es ist nämlich so, dass je nachdem, ob ich die Sternbrücke hier einbringe oder hier unten, quasi damit ein erneuter Phasensprung stattfindet. Und genau dem wird hier Rechnung getragen, sodass also die oben gezeigte Systematik auf der Sekundärseite mit den entsprechenden Zeigern hier abgebildet wird. Das ist zwar irritierend, aber dieser Schritt ist hier tatsächlich notwendig. Ich werde nun dieses Zeigerdiagramm verändern. Dabei werde ich alle Bezeichnungen rausschmeißen, die mit 1 enden, weil das E die Sternenbrücke ist. Und ich werde die Zeiger so verschieben, dass sie alle zentral auf einen Punkt zeigen. Denn diese drei Spannungen sind ja nun im Drehstromsystem die Strangspannung und nicht die Außenleiterspannung. Genau diesen Fall sehen wir nun hier. Ich habe die drei Zeiger für die Sekundärspannung nun so verschoben, dass sie alle zentral auf den Sternpunkt zeigen. Greifbar sind hier noch die Kontakte, die auf der Sekundärseite jeweils mit 2 gekennzeichnet sind. Aus dem Zeigerdiagramm für die Primärseite habe ich die virtuellen Strangspannungen herausgestrichen. Auf der Primärseite sehen wir die Spannung U12 nach wie vor hier an dieser Stelle eingezeichnet. Die Spannung U12 Strich auf der Sekundärseite muss nun ausgehend von diesem Punkt bis zu diesem Anschluss gezeichnet werden. Wir sehen hier das entsprechende Zeigerdiagramm. Man kann recht leicht überprüfen, dass dieser Richtungssinn richtig ist. Denn wenn ich nun einen Maschenumlauf durchführe, so gilt U12 Strich plus U2 Strich minus U1 Strich gleich 0 und umgestellt folgt daraus die Gleichung U12 Strich gleich U1 minus U2. Und so muss es nun auch sein, denn genauso bildet sich diese Verkettung in diesem Drehstromsystem ab. Denn genau den gleichen Maschenumlauf kann ich auch hier durchführen, so dass U12 Strich gleich U1 minus U2 dabei entsteht. Hier nochmal genau dieses Diagramm mit den Spannung U1 Strich, U2 Strich und U12 Strich. Wenn ich nun in dieses Zeigerdiagramm zusätzlich den Zeiger U12 der Primärseite einzeichne, so sehe ich nun die Lage des Zeigers U12 von der Primärseite in Relation zur Lage des Zeigers U12 Strich auf der Sekundärseite. Um nun die Phasenverschiebung zwischen diesen beiden Zeigern darzulegen, kann ich nun ein weiteres Zeigerdiagramm anfertigen, in dem sich nur diese beiden Zeiger, nämlich U12 und U12 Strich befinden. Wir sehen nun, dass sich zwischen diesen beiden Zeigern nun ein Winkel von 5 mal 30 Grad gleich 150 Grad aufspannt, wodurch sich dieser Faktor 5 erklärt. Dabei ist es so, dass die sekundärseitige Spannung U12 der primärseitigen Spannung U12 um 150 Grad nacheilt. Als letzten Punkt möchte ich in diesem Video nur noch darauf hinweisen, wie aus dem DYN5 Transformator auch ein DYN11 Transformator gebildet werden könnte. Das ist tatsächlich dadurch zu erreichen, dass ich einfach hergehe und diese Sternenbrücke auf die anderen Kontakte lege. Dadurch würde sich die Sekundärseite quasi schon um 180 Grad drehen. Das Ganze könnte aber auch bei gleich angeordneter Sternenbrücke dadurch erreicht werden, dass diese Spule im gleichen Sinne gewickelt würde, wie die primärseitige Spule. Ja, soweit zu diesem Thema. Wie bereits am Anfang gesagt, finde ich dieses Thema in der Fachliteratur und auch in YouTube-Videos äußerst irritierend dargestellt. Ich würde mich daher sehr freuen über Kommentare, die darauf hinweisen, wie man das Ganze vielleicht noch anschaulicher darstellen kann. Ich hoffe aber, dass Ihnen dieses Video soweit gut gefallen hat. Ich würde mich natürlich sehr über einen Daumen hoch und noch mehr über ein Abo freuen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.